und weiter geht es schön dass ihr dran geblieben seid willkommen zurück zu let's play horizon zero dawn und ja die aloe ist ganz schön gewachsen in der letzten stunde schön und wir natürlich auch wir haben jahrelang trainiert um uns der prüfung zu stellen für die wir uns so vorbereitet haben trotz allem müssen wir halt eben mal gucken aha ein speer mit r1 kann man rüstung abschlagen mit r1 kann man schlagen du kannst außerdem kleine maschinen mit r2 niederschlagen in der objektbeschreibung zu deinem speer kannst du dinge lesen okay weiß bescheid sachen lesen kann man hier machen muss man aber nicht erst mal ein bisschen holz sammeln und was haben wir hier drüben noch mehr holz oder steine heilkraut heilkraut ist immer gut die brauchen wir immer und immer wieder genau das haben wir den kram erst mal ein bevor wir uns angucken was wir eigentlich am lagerfeuer machen können her mit dem holz und hier haben wir noch heilkraut selber ausgezeichnet jetzt sind wir vollständig jetzt können wir wir können hier manuell speichern oder schnell speichern wir machen mal die manuelle speicherung und gucken was dabei passiert aha ja man sieht ich habe hier schon einige 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 spiel minuten am laufen gehabt 197 stunden ich glaube ich habe da mal wohl für eine zeit lang vergessen meine playstation auszuschalten wir speichern auf neuen spielstand und freuen uns den keks jetzt ist die frage wie kommen wir jetzt eigentlich in diese option rein nein so nicht nehmen mit dem button bestimmt auch nicht kreis die kreis ist das aha mit dem drücken des trackpads so geht das da wird uns auch die karte angezeigt wir haben hier ganz schön viel zu erkunden wenn man sich das mal so anguckt das ist die gesamte map und wir kennen eigentlich bisher nur ein teil von unserem kleinen süßen startgebiet wir haben hier ein notizbuch quests hauptquests nebenquests aufträge unentdeckte zeug notizbücher wir hatten ja eigentlich einen datenpunkt noch nicht gehört die frage welcher war das egal dann haben wir den halt eben jetzt erstmal nicht dann skippen wir die ganzen dinge hier ist zwar schade aber was soll's so wir haben hier aber auch fertigkeiten wir haben fertigkeitspunkte bekommen und zwar drei stück und die können wir natürlich noch verteilen das ist vielleicht gar nicht so verkehrt die auch hier irgendwo rein zu werfen die frage ist natürlich worauf wir zuerst gehen wir haben hier so eine art skill tree und das ist gar nicht so schlecht die punkte gleich mal ein bisschen zu verteilen um ja um uns einen kleinen vorteil gegen diese robo bestien zu ergaunern so stiller schlag drücke er eins um kleine maschinen und menschen lautlos zu erledigen oder größere gegner schweren schaden zuzufügen das klingt cool beim zielen während des springens oder rutschens verlangsamt sich die zeit ist schwer ich weiß dass ich das wieder mal nicht hinbekommen werde deswegen lasse ich das stille landung das landen nach dem sprung oder lautlos und machte konzentration verwende er zwei um zeit zu finden das ist geil ein kritischer treffer drücke um einen angriff der gegner boten stark beschädigt leichte angriffe schlagen wahrscheinlicher rüstung und bauteile ab auch geil was aber hier log ruf log ruf damit kann ich gegner ran rufen okay heiler schnellere heilung aus dem medizinbeutel aha so geht das und feindert zusätzlich natürlich rohstoffe beim sammeln ist natürlich schwer hier gibt es nicht gibt es hier irgendwas was irgendwann mal meine lebenspunkte erhöht oder so kräuter kenner sehe ich jetzt eigentlich nichts na gut dann erhöhen wir auf jeden fall erst mal unseren angriff würde ich sagen und ruhig noch mal ein hit mehr drauf das haben wir hier noch bei jäger stiller schlag wobei das eigentlich auch geil ist wobei natürlich die frage ist wie häufig wir in die situation kommen dass wir jemanden stillschweigend von hinten so mit einem wumms die wumms die zerlegen dann lieber eine stille landung und stark beschädigt ja kommen das nehmen wir auch starker schaden stark schaden ist immer gut dann machen wir uns jetzt mal langsam auf die suche nach wir wollten wir heute jagen gehen warum ist er nicht hier das ist eine sehr gute frage ich würde es auch sehr gerne wissen warum er jetzt gerade nicht hier ist ich würde es auch sehr gerne wissen warum er jetzt gerade nicht hier ist aha so war das ich musste nur mal ganz kurz gucken wie das nochmal war mit dem mit dem bogen schießen denn wenn uns hier nochmal was über den weg läuft wäre es vielleicht gar nicht verkehrt was macht er ja im bogen zu machen abzuwerfen okay da drüben ist frost anscheinend rost nicht frost du bist hier so ist alles in ordnung was soll die verzögerung gut dass ich spuren lesen kann nein ist alles in ordnung ich meine du verdrückst dich einfach wolltest du allein sein nein wir müssen reden ich habe über dein training nachgedacht dalle du kannst jagen du kannst überleben aber ich fürchte eine lektion fehlt noch willst du sie jetzt lernen natürlich ich lerne alles was du mir beibringst hier gab es kürzlich ärger das gibt uns die chance für diese lektion doch sie ist gefährlich sei vorbereitet oder du stirbst geh ins becken hinab und jage bis du die teile für feuerpfeile hast feuerpfeile von welcher art ärger sprechen wir hier wenn du die teile hast treffen wir uns hier am tor hinter dem dorf mutterherz das nordtor am rande der umfassung ja mach dich auf den weg okay ich hole die teile ich besorge die teile aber ich werde auch bei cast vorbeischauen aloy dieser mann bricht das gesetz wenn er mit dir spricht und ich bin froh darüber ich will eine stolperfalle und niemand sonst verkauft an ausgestoßene dann solltest du sie auch laden du wirst sie heute nacht brauchen können das klingt geheimnisvoll okay wir sehen uns am nordtor schön wir haben jetzt zwei wege die allesamt ziemlich weit weg sind das macht ihm echt sorgen aber das ist doch ausgezeichnet so wir können uns jetzt hier die karte angucken und meine güte wir haben ganz schön wir haben einen ganz schön weiten weg vor uns aber das ist okay ich komme damit klar ich renne ein wenig ich renne ein wenig gegen irgendwelche gegenstände aber was soll's wir sind gut ausgerüstet wir können hier an der stelle speichern schnell speichern ist okay noch nie habe ich dieses tal hinter mir gelassen das wird sich nach der erprobung ändern zwei tage zwei tage bis ich antworten bekomme zwei tage dann weiß ich wer sie war und warum ich nach der geburt ausgestoßen wurde als ob es dafür eine entschuldigung gäbe na gut dann sammle ich mal die teile für ein paar feuerpfeile ich muss eine herde suchen die kriegen wir hin da drüben ist anscheinend unsere quest höp höp wir müssen hier ein bisschen aufpassen nicht dass wir gleich richtig mies Ärger mit den Robotern bekommen denn die sind allesamt nicht sehr freundlich gegenüber Menschen hier waren wir doch schon mal also hier waren wir sowieso schon mal aber ich meine jetzt auch im Sinne von hier waren wir schon mal äh jagen glaube ich ja klar das war die Ecke in der wir in der wir der Herde nachgerannt sind so 100 Meter ich werfe mich hier schon mal ich werfe mich hier schon mal in ein in ein Gebüsch okay ich sehe hier gerade noch nichts hier ist nur ein Hase Kaninchen besser gesagt was haben wir denn da drüben ein Wildschwein okay anscheinend ist hier nichts was uns irgendwie an ähm was uns irgendwie anmeckern würde okay Aloy ist gerade eher dabei sich selbst zu verbrennen das ist auch völlig in Ordnung völlig legitim sie kriegen anscheinend keine kein Feuerschaden oh da ist einer ähm ja ist natürlich die Frage wie machen wir das geschickt ich werde mich erstmal auf ein Hai oh 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 Wächteralarm der Wächter kommt mir auch definitiv näher der sucht uns das dachte ich mir so erst mal Ziel markieren dann wollen wir mal gucken ob wir das hinkriegen der ist echt sauer Rönn das ging mal ziemlich gut oh fuck ähm ja ich sollte vielleicht auch auf die anderen Wächter achten ja ja nicht mit mir mein Freund wupp ich sollte auch mal lernen wie ich mir vernünftig die Kampfe betätige aber das war ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht so für den ersten Kampf sah das schon gar nicht mal verkehrt aus doof ist natürlich nur dass man dann ähm das Ziel aus den Augen verlässt oder ähm verliert besser gesagt aber das das war okay das war okay äh das ist nur doof die Herde ist jetzt weg wo ist sie denn jetzt hin da hinten ist sie haha hab euch gefunden oh 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 hinter mir und Mensch ist ja dumm gelaufen würde ich sagen aber die drei sind jetzt natürlich auch verhut die haben ein bisschen Panik vor uns weiß jetzt gar nicht warum ich könnte natürlich jetzt versuchen einfach einen davon oh das war vom Basten sput na komm die kriege ich noch wuhh äh scheibengeister so ich will die ganze Zeit mit den äh mit den normalen Buttons drücken ähm also mit normalen Button meschen diese ähm ja mit ähm Viereck und Dreieck und so weiter angreifen ich muss erst mal schneiden dass das eine ganz doge Idee ist jetzt hab ich nicht überhaupt einen Stein ich hab das Gefühl greift mich noch irgendwas von irgendwo an nö doch nicht okay alles gut wir sind safe ich nehme hier einfach den Kram mit für später genau für später und so da drüben ist irgendwas ich frag mich was das ah das sind die Dudes alle Stufe 5 das ist gut da drüben sind auch ein paar ah fuck jetzt wird es auch noch jetzt regnet es auch noch und das ist schlecht sind hier Wächter ne Wächter sehe ich nicht das ist gut aber die sind alle so unglaublich weit weg die Dudes okay ich probier's der schneidet nicht was abgeht der schneidet gar nicht was abgeht okay der schneidet doch was abgeht oh ist aber so toller lol er hat die Schüsse gespürt und hat dann doch irgendwie nicht so ganz mitgeschnitten für uns gut für ihn nicht so perfekt so jetzt müssen wir wieder die Spuren sammeln ah hier haben wir noch ein bisschen Heilkräuter da ist auch schon wieder ein neuer Wächter müssen wir mal ein bisschen ein bisschen aufpassen jetzt oh hier ist hohes Gras hohes Gras ist gut wo ist das nicht so hohe Gras bei dem wir uns vielleicht ein bisschen verstecken können ah da drüben und der eine ist auch richtig gut in Angriffen hier richtig perfekt hier gerade für uns so sneaky beaky like einfach mal gekillt äh okay wir können jetzt ein Waffenrad öffnen das war die falsche Taste was haben wir denn jetzt hier aha wir können jetzt die Feuerpfeile herstellen und oh wait und mit den Feuerpfeilen können wir jetzt Spaß machen erstmal erstelle ich eine neue Pfeile so und hey schön dass du da bist freut mich sehr oh hoppla oh das tut mir bleibt oh oh du kleiner Süßer du warst einfach zu nah dran das musste ich mir das konnte ich einfach nicht link liegen lassen der da drüben ist jetzt aber gerade nicht sehr begeistert scannen wir mal kurz einmal die Umgebung aha wir dachten sowas dachte ich mir schon ein Wächter schön sei sie jetzt oh hat mich gefreut erstmal hier den ganzen Loot greifen und jetzt wo wir den ganzen Spaß haben können wir wir haben hier drüben noch irgendwie eine Quest die können wir uns krallen wir haben aber da drüben quasi unsere Main Quest ich würde sagen gehen wir jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte was haben wir denn hier überhaupt ähm Ausrufezeichen Ausrufezeichen und ein bisschen Kleinkram rede mit Karst ah ok da unten ist Karst nun werden wir doch Karst drüber laufen denn der verkauft uns Fallen war das Fallen kaufen ist immer gut oh weia jetzt mal eben nix wie weg hier hinter uns ist etwas im Angriff Modus aber haben wir es irgendwas reitet uns da hinten hinterher ok für uns nicht mehr interessant umso besser aufzucast wir sind schon fast da nur noch den Hügel hinauf können wir mal kurz ein bisschen nö scannen nicht notwendig hey wer bist du denn hallo freund ach ja du willst ja nicht mit mir reden denn ich bin dann ausgestoßene fuhideible soziales Ungleichgewicht dafür erstmal ein Stück Kaffee mhm ah super der der Wechsel zwischen den es wird Zeit die Stolperfalle von Karst zu kaufen zwischen den Zeiten ist super von von Regen zu Sonne hallo mein Freund sieh an sieh an sieh an wenn das keine ausgestoßene ist Urmutter schütze mich dass du mich überhaupt siehst so wie du in andere Richtungen schaust damit dich ja niemand beobachtet pass auf sonst verrenkst du dir was es schmerzt mich immer wenn du kommst Mädchen so oder so ich würde ganz gerne mit dir handeln beim letzten mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot hast du sie noch hab ich aber besorg du mir eine Plündererlinse was soll ich sagen Spezialwaffen sind nicht billig ich kann zahlen ich hab vor kurzem einen Plünderer erledigt und die Linse ist perfekt erhalten das beurteile ich zeig her äh okay ich wusste gar nicht dass ich so eine Linse habe ach ja genau wir wollen verkaufen Moment äh Plündererlinse wo ist denn die okay wir wir haben anscheinend so eine dann kaufen wir die ähm ausrüsten ja bitte hier unten hin sehr schön hab ich noch mehr ne mehr hab ich nicht schade jetzt wo du eine stolperfalle hast üb damit mal lieber woanders okay mein leben ist aufregend genug ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt ehrlich jetzt sag los so ähm hast du sonst noch was bist du später noch hier falls ich noch was kaufen möchte ich bin hier und wie immer bin ich an teilen von allen maschinen interessiert je besser die teile desto mehr Scherben zahle ich und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an wer weiß vielleicht habe ich etwas das dir bei der Erprobung hilft ja wer weiß ich glaube das war dann wohl alles okay bis demnächst ich hab was ich wollte jetzt auf zu Rust am Motor genau aber mir fällt noch etwas ein und zwar inventarmäßig wir haben nämlich ähm ich hatte nämlich damals schon ähm schon schon so ein bisschen wie heißt das ich konnte mir irgendwas kaufen den Nora Bogen oder irgendwie sowas ah ne das sind nur die Stolperfälle ich dachte ich hätte hier irgendwas Modifikatoren weiß nicht ob ich die brauche 5% mehr Schaden ich glaube im Moment nicht egal wo will ich denn jetzt hin ich will äh darüber da lang geht's äh rufe das Waffenrad aus um die auszurüsten Schockdraht okay 4 Steck Ziel auf den Bogen und dann geht aha 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 das ist ja bombastisch das gefällt mir sehr aber nichts was ich jetzt aktuell brauche denn ich möchte mich mit Rust treffen der sagt mir wo es jetzt hier weiter geht hui au das war nicht ganz so klug von mir wie auch immer kommen wir hier nochmal kurz einmal Tränke schlucken zwischendurch heben wir sicherlich nochmal den ein oder anderen äh das ein oder andere Kraut auf und dann ist okay hallo Wildschwein wo geht's denn jetzt hier eigentlich genau weiter ach komm einfach hier runter und ab über den Fluss wir haben gesehen dass wir schwimmen können und wir können auch schneller schwimmen hey so wie weit ist es denn noch öh es kann nicht nur eine Maschine sein ah noch 80 Schritte bin ich mal gespannt was da hinten auf uns warten wird öh ach jetzt muss ich noch 80 ich muss ein bisschen aufpassen wo genau wir eigentlich hinlaufen müssen das ist ein bisschen strange also die Wegfindung aber das wird schon ah da vorne haben wir auch eine Feuerstelle umso besser ach und da ist auch unser Freund dann wollen wir hier erstmal kurz einmal schnell speichern und dann reden wir mit ihnen hallo Rost hast du die Feuerpfeile? hab ich die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens ist das der Ärger den du meintest? das erfährst du früh genug wir warten bis zur Dunkelheit Dunkelheit? hm ähm was für eine Lektion wird das? ich verstehe nicht die Explosionen sind doch außerhalb was können wir denn hier drin tun? die Lektion lernst du zur rechten Zeit Aloy wir warten noch ab okay ähm ich hab noch eine Stolperfalle ich war übrigens bei Karst und hab mir diese Stolperfalle gekauft ich will gar nicht wissen was dieser Gesetzlose dafür haben wollte sie war nicht billig aber das ist sie auch wert vielleicht du wirst es schon bald feststellen äh und was ist mit dir los? ist sonst noch was mit dir? nein mir geht's gut machst du dir Sorgen was dann passiert? nach der Erprobung? was passiert ist klar du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener den man meidet Rost selbst wenn der Stamm mich aufnimmt ich es gibt viel zu tun Aloy wir reden später darüber okay na gut dann schlafen wir eine Runde es dauert noch bis es dunkel wird ich werde mich kurz hinlegen gute Idee später ist keine Zeit mehr für Schlaf hier einmal kurz noch mal abspeichern den Dialog haben wir ja jetzt holen libe sie 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 ä so she und so sie Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbande waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. Seit sie vor zehn Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh ja. Hm. Sägezahn. Durchsuchen wir ihn mal. Ah, nett. Free Loot. Dann nennen wir noch mal ein paar Steinchen auf. Können wir sicherlich irgendwann brauchen. Und noch ein bisschen Holz. Und wandern wir mal den Weg entlang? Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Okay. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, hier sind aber ganz schön viele von unseren Sägezähnen. Das mache ich. Das kann ich nämlich ganz einfach mit meinen Cyberspace-Fähigkeiten. Ich hecke mich in das Internet. Was es natürlich immer noch gibt in der fernen Zukunft, wenn die Menschheit am Abgrund steht. Nee, aber tatsächlich. Aha. Hier haben wir zumindest schon mal hohes Gras. Oh, wait. Ein Wächter. Wir können. Ach, komm. Das wirst du doch wohl gehört haben, Dude. Ja, komm, hier. Und? Das hast du jetzt aber gehört. Ah, noch kurz das Ziel markieren. Die jetzt! Ist der Typ nachtblind? Meine wundervollen Steinchen ignorieren? Stimmt denn nicht mit dem? Okay, wie dem auch sei. Ich hole mir jetzt diesen Wächter. Indem ich ganz vorsichtig und geschmeidig hinter ihm langkuse. Und ihm dann mit meiner Lanze so richtig schön in den Popo piek. Pie! Endlich mal ein vernünftiger Kampf auf Lieben und Tod. Und mit hoffentlich mehr Leben als Tod. Bin mal gespannt. Hier sind ganz schön viele Wächterkadaver. Oh, auch Reh. Also Graserkadaver. Versuch's mal mit High Ground. Und mach hier den Obi-Wan, indem ich mich einfach nach oben stelle. Und gucke, was da so passiert. Eine Holzhütte zerstört von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Er ist riesig. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Okay, ich habe hier zumindest eine Vorratskiste mit ganz schön viel Kram. Und im Prinzip ist das eigentlich relativ einfach. Ich kann zumindest schon mal die Spuren markieren, dann weiß ich, wie er läuft. Das ist sehr optimal. Mal, denn jetzt kann ich auf die Sprengfallen wechseln. Ich kann glücklicherweise auch noch Sprengfallen zur Not selber herstellen. Das ist perfekt. So, dann wollen wir mal. Und zwar müssen wir jetzt... Ach, echt jetzt? Na gut. Dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Ab ins hohe Gras mit mir. So, wo ist er denn gerade? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er hin? Moment. Hinterm Haus. Du, Ollefurt. So, hat es funktioniert? Ja. Das soll noch nicht ausreichen. Ich weiß, dass es immer ganz gut war, mehrere Fallen zu bauen. Und die man sich dann... ...zurück rettet, sozusagen. So, für den Fall das. Wir sollten aber trotzdem auch ein Stück weiter weggehen. Oh, der wird sich so freuen, uns zu sehen, glaube ich. Mal gucken, wie weit ist er jetzt? Aha, er steht da hinten an der Ecke. Und gleich sehen wir ihn. Wie er in unsere wunderschönen Elektro-Fallen hineinspaziert. Dann können wir auch gleich mal gucken, wie viele Lebenspunkte wir ihm abziehen bei der Aktion. Er bewegt sich noch nicht. Aber der ist echt riesig. Ich meine, guck mal, der haut da schon über den Felsen rüber. Ah, da kommt er ja. Okay. Ich glaube, das war doch noch nicht so ganz der Weg. Also, er dürfte mich eigentlich nicht sehen. Müsste jetzt auch verhoben sein. Ein bisschen verwundert. Und rennt in die nächste Falle. Ich bin bereit. Ich habe kein Fuß entdeckt. Upsa. Und jetzt sollten wir hier mal ganz schleunigst weg. Au. Upsa. Gut, jetzt wird es lustig. Ah, schön reingesprungen. Ich hätte mir vielleicht aber auch mal als Fokus-Ziel nehmen sollen. Das hätte, wie gesagt, vielleicht mal ein bisschen einfacher mit uns gemacht. Und er versucht zu flüchten. Du olles Viech. Komm, ich hack dir die Beine kaputt. Oh nein, er greift doch an. Wuppa. Hallöchen. Wo bist du denn? Seh dich nicht. Hallo, Freund. Wee. Wee. So, ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, was du bist. Aber hey, du bist tot. Oh. Knappes Ding. Alles meins. Loot, 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 loot. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagst es, ich brauch sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folg mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich komme mit. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh. Und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Okay. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Du hättest mir wenigstens die Lebenspunkte auffüllen können. Du Sau. Okay. Aber. Es ist zum Glück wieder Tag. Wir können wieder neue Heilkräuter sammeln. Und wir können hier auch abspeichern. Jo, gut. Dann speichern wir einmal. Und hey. Wir haben nebenbei Stufe 4 erreicht. Das heißt, wir haben bestimmt auch wieder einen neuen Skillpunkt. Ja, sage ich ja. Oh. Gesundheit steigt mit unserem Level. Das ist mal gut zu wissen. Aber wir haben jetzt zwei Skillpunkte. Das heißt, wir können jetzt mal gucken. Ducken macht dich für deine Feinde schwerer sichtbar. Das ist auch wichtig tatsächlich. Sehr wichtig. Das nehmen wir. So. Jetzt sind wir noch unauffälliger unterwegs. Und unterwegs sind auch genügend Heilkräuter zum Sammeln. Das brauche ich später noch. Das brauchst du definitiv. Besonders wenn wir wieder so gut kämpfen wie gerade eben. Dann brauchst du das umso mehr. Und doppelt. Oh. Hier sind Graser. Und wo Graser sind, sind auch die Wächter nicht weit. Da hinten läuft schon einer. Ich sehe es. Aber Wildschweine greifen sie nicht an. Das ist ja nett. Wollen wir es probieren? Guck nochmal hier rüber. Na los. Guck. Guck hier rüber. Guck zu uns. Geht doch. Die anderen haben nichts bemerkt. Sneaky. Heilkräuter sammeln ist immer gut. Und natürlich Gegner looten genauso schön. Fuck. Ihr habt rein gar nichts gesehen. Ich bin gar nicht da. Oh. Hallo Wächter. Bum. Fuck. Shit. Ich kann ja auch schießen. Warum sagt mir das keiner? Ist ja richtig frech. Aber egal. Überlebt ist überlebt. Hat überlebt. Wir haben überlebt. Wir können weiterlaufen. Hier ist da noch irgendwas. Sind hier noch mehr Heilgräser? Noch mehr Heilgräser? Eis rauf. Kraut. Würzel. Zeugs. Oh. Whatever. Hier sind noch ein paar Wächter. Okay. Wir laufen mal hier ein bisschen weiter. Hier ist noch ein Heilkraut. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Definitiv nicht. Gerade Heilkräuter braucht man immer und immer wieder. Und ist das ein leckerer Fasan? Hm. Da kriege ich Hunger. Okay. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Weil hier war auf jeden Fall. Auf jeden jeden Fall. Da vorne wandert er. Da sind zwei. Oh. Wait. Doch. Ich will helfen. Was ist das mit dir? Erzähl mir Sachen. Bitte. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen. Er schweige denn mir folgen. Hilfst du mir suchen? Ja komm. Ich helfe. Ich tue was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Ähm. Ist natürlich die Frage. Wo müssen wir denn da hin? Gucken wir mal ganz kurz. Rede mit Rost. Aha. Da unten. Fußstatt von der Mutter. Dann wollen wir doch mal genau das aktivieren. und uns noch mal ein bisschen in ein Abenteuer stürzen. Mal kurz abspeichern. Denn ich glaube nicht, dass wir diese Quest noch haben, wenn wir die Prüfung erstmal absolviert haben. Oh, ich muss hier bei aufpassen. Hier auf der Seite waren auch noch ein paar Wächter unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht. Da lang. Scannen wir mal die Umgebung. Okay, sieht safe aus. Wir gehen hier lang. Toll. Bin ich auf der falschen Seite gelandet? Nee, ich bin nicht auf der falschen. Irgendwie bin ich doch auf der falschen Seite. Aber irgendwie bin ich nicht auf der falschen Seite. Diese... Hier ist Olara, deine Schwester. Was? Ruft da drüben jemand? Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wollen kommen die Stimmen auf einmal her? Ist das... Bist du da draußen? Hä? What? Ach, da oben bist du. Okay. Warum sagt mir das keiner? Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal das Mädel retten. Ich hoffe zumindest, dass wir sie retten können. Weil hier laufen ja unglaublich böse Kreaturen rum. Warum? Kannst du mich hören? Gab es nicht mal so ein Technolied? Irgendwas mit Ups, Ups, hörst du mich? Da gab es doch mal was. Irgendwie 90er Jahre oder so. Richtig Oldschool-Mucke. Aha. In Gefahr. Im Getummel mit zwei Wächtern. Die sehe ich auf Entfernung. Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Ich habe hier kein Schussbild. Na komm, probieren wir was. Oh. Hier ist aber noch irgendwo einer. Zwei sind hier noch. Okay, wo ist denn hier das nächste hohe Gras? Ich habe nämlich keinen Bock wieder hier mit Laser-Piu-Piu beschossen zu werden. Ah, da oben gehe ich. Wo ist Gras? Niong. Und im hohen Gras. Wo sind sie? Da ist einer. Da ist einer. Ich würde was sehen in meiner Nähe. Ah. Da hinten stolziert auch einer fröhlich munter durch die Gegend und freut sich seines Lebens und denkt sich oh mein Gott ist das schön hier. Oh. Mich sogar ziemlich doll im Visier sehe ich gerade. Aber puff. Naja, looten ist erstmal wichtiger. Looten, looten. So. Zwei sind hier noch. Oh. Hehe. Lol. Wächter Nummer 3 hat Wächter Nummer 1 gefunden und denkt sich jetzt wahrscheinlich so wow krass hier ist irgendwas im Busch und so mal gucken ob Wächter Nummer 4 auch so intelligent ist und sagt so hey wo sind denn eigentlich meine Freunde mit denen ich hierher gekommen bin und warum sehe ich die nicht mehr. auf sie schade das war ein bisschen daneben aber egal die kriege ich noch ich verschanze mich hier einfach hinter den Felsen und um nicht schon wieder okay ganz geschmeidig er hat eh nicht gedacht von wo ich komme er sieht mich nicht ich bin hinter dem Fels na bist du verwirrt ist der Roboter verwirrt ja weiß er nicht wo ich bin aber er ist spät er ist immer noch so ein bisschen im Fragezeichenmodus und bumm dädädädädädädä fuck ey näher komm dachtest wohl du hasst mich doofe Pseudo Echse so ich komme ja gleich noch oben ich werde jetzt erstmal die Wächter lupen die ich schon erwischt habe ging alles in meinen Lut. Nicht, dass hier irgend so ein NPC um die Ecke kommt und denkt so, ich kreie mir jetzt einfach, was du hier gemacht hast. So, wo ist denn die Gute? Hier oben war die, ne? Hier, hier so. Wo sind die? Ist sie jetzt weggelaufen? Nee, ganz sicher nicht. Ach nee, Blödsinn. Ich möchte mich nur bedanken. Ja, ah, da ist sie. Irgendwo. Ah, die... Da ist sie, endlich. Ja, komm, ich suche nach dem Speer. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Och, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Ja, dann wollen wir mal nach dem Speer suchen. Nee, nicht Mutterherz. Plünderer war das. Irgendein Plünderer. Lagerfeuer, Mutter. Wird mir die Quest jetzt ernsthaft nicht mehr angezeigt? Ach doch, klar. Folge Arana Spuren. Das geht natürlich auch. Sie bringen. Mit R1 Spur merken. Jetzt können wir der Spur hinterher laufen. Mit ein bisschen Glück. Warum geht die auch auf den Wegen? Die weiß doch, dass es hier gefährlich ist. Ich wette, hier gibt es wieder ganz, ganz viele Wächter und andere kleine Viecher, die uns alle töten wollen, auffressen wollen. Nyang, nyang und so. Okay, aber egal. Wir sind Aloy. Wir sind... Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Hier ist eine neue Spur. So. Got it. Mal schauen, wo er uns langführt und vor allem auch... Ähm... Wird das denn so ein Plündererlager sein oder so? Das ist dann einfach nur... Einfach so ein random Dude, der in der Ecke steht und den ich dann umnutzen darf. Also... Da vorne ist... Das sind Roboters. Schnell mal eben... In Deckung. Ah, da vorne sehe ich auch schon wieder einen Wächter. Das war irgendwie nicht so geil. Ähm... Hi! Freut mich. Freut mich sehr. Das war ja schon... Wow! Reflexmäßig... Begeisternd! Okay. Hier liegt aber noch irgendwo mein Loot rum. Die habe ich ganz gut abgeschossen. Bin ich echt begeistert. Muss ich mich mal selber loben. Die Spur endet hier. Bestimmt hat einen Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Naja, irgendwo ist hier doch noch der Wächter... Da ist... Da liegt der Rest vom Wächter. Damit müssen wir nicht auch Kram haben. So. Irgendwo Fluss entlang. Gucken wir mal, ob wir hier oben irgendwas finden. Ne, das sieht nicht so aus. Weiter Fluss aufwärts. Vielleicht. Ja, Moment. Wo laufen wir denn hier jetzt entlang? Ah, das... Das... Das wirkt doch ganz gut. Da oben ist eine Hütte oder sowas. Vielleicht ist er hier lang gelaufen. Ich bin mal gespannt. Oh, oh. Oh, oh. Ich sehe jetzt schnallig, dass hier ja... ein Gefieß unterwegs ist. Welches mich gegebenenfalls sehen könnte. Oh, oh. Auf jeden Fall sieht. Tatsächlich finde ich... Dich ein gewaltiges Stück gefährlicher. Ich glaube, die reden miteinander. Die reden über mich. Lästern die über mich? Können die das hören? Okay. Ich glaube, die sind soweit. Selbstgespräche helfen ja auch nicht weiter. Okay, okay. Nice. Freut mich. Hey, viel Spaß. Geht weiter spielen. Ihr seid doch ganz süße Viecher. Okay. Die Frage, die ich mir hier gerade stelle, ist, ob wir hier jetzt... ob wir hier jetzt überhaupt in der richtigen Ecke sind. Da kommt er wieder. So, Punkt. Oh, ich werde gesehen. Das ist ja schön. Natsse es einfach um und gut ist. Ich will dich eigentlich nebenbei auch noch haben. Mehr Loot von allem. Na, da hinten ist doch schon wieder irgendwas. Irgendwas sieht mich doch da hinten gerade. So, jetzt nicht mehr. Äh, okay. Ich mache an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause. Es sind nämlich schon wieder fast eine Stunde dabei. Und das wird für YouTube immer mega lang, wenn die jetzt nicht schneiden, dass das auch noch nebenbei ein Stream ist. Und da ist eigentlich nichts zum Beispiel. Ja, es ist das cuid K2.